Ja, es ist eine kleine Freude, weil ich denke, es wird normal nicht geladen. Okay. Und schon Levels? Ja, ein bisschen. Aber das hört sich jetzt so. Ich trinke dann wieder ein paar Antinervositätsbüren. Was Bier trinkt ihr? Nein, Spitzig. Ja. Das ist so cool. Das ist so gut. Jetzt fuhren wir aus. Jetzt fuhren wir aus. I got you. So good. So good. Hopping, wir vergessen. Hopping. Hopp. Hopp. Der ist. Elkasa, der Hitzeck. Where the fuck is he? Aber er ist nicht da. Where the fuck is he? Er fuhren ohne Sänger. Scheiße. We don't give a fuck. Where does he a fuck? Hey, sag ich mal, Nicke. Where geht's dann? Ja, du, also ich war ja heute schon arbeiten. Da war ich am Reklecklinghof. Bier trinken. Da haben wir, also das muss ich sagen, ist jetzt mein drittes Bier. Ich werde ein bisschen langsamer tun. Ich habe ja auch gut gegessen. Was gab's denn? Oh mei, du Knacker. Und den ganzen Tag über Wurstbrote und was da geil was. Also es war einfach Wahnsinn. Was ich glaube, für einen Scheißdreck filmt? Der hat Schwandorf-Schüttl filmen. Auch Schwandorf hat Bayern-Fans. Sehr schön. Wunderschön, guten Tag. Wir sind hier live mit Schmiedmühlen, wie ich mir sagen hab lassen. Ihr kennt den Timo, Frau, und er wird das beweisen. Wir haben halt zum ersten Mal ein Setlist geschrieben vor dem Gig. Man darf gespannt sein, ob wir diese einhalten werden. Man darf halt jetzt still. Still. Acht Liter. Was? Vor einfach. Acht mal vier. Okay, 32 Minuten. Das kann knapp werden. Das kann knapp werden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020